Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, wie man schnellstmöglich einen Pickel loswerden kann. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community dirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und denk dran, Support ist kein Mord. Also, abonnieren, abonnieren, abonnieren. So Leute, diese miesen kleinen Dinger, die kein Mensch gebrauchen kann, kommen immer und immer wieder. Die Pickel. Es ist scheißegal, wie killer dein Outfit aussieht. Es ist scheißegal, wie gut deine Frisur aussieht. Wenn du so einen fetten Oschi mitten auf der Stirn hast und aussiehst wie das letzte Einhorn, Leute, dann fühlt sich kein Mensch gut, wohl oder selbstbewusst. Und diese Dinger kommen ja immer und immer wieder. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach weiß, wie man damit umgehen sollte, wenn man Pickel hat, ohne dass man bleibende Schäden hinterlässt. So, Tipp Nummer 1. Eis. Ja, Leute, Eis. Mit Eis könnt ihr nicht nur die Schwellung, wenn ihr zum Beispiel so einen fetten Oschi da habt, verringern und reduzieren. Ihr könnt auch den Schmerz natürlich lindern. Und Eis verkleinert die Poren. Also, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch zum Beispiel mit sehr, sehr warmen Wasser wascht. Das öffnet die Poren und Eis verkleinert die Poren. Und wenn ihr Eis nutzen solltet, dann versucht am besten, nicht so einen Eisklott zu nehmen und euch in die Schnauze zu halten, sondern nehmt einfach am besten so einen kleinen, zwei, drei kleine Eiswürfel, packt die in ein Handtuch zum Beispiel rein. Und wenn ihr es im Handtuch drin habt, könnt ihr dann dementsprechend die Stelle kühlen, wo der Pickel ist oder die Entzündung oder die Schwellung oder wie auch immer. Nicht berühren! Leute, berührt auf gar keinen Fall euren Pickel. Egal, wie groß die Versuchung ist. Ich weiß es selber, ja. Die Versuchung ist riesengroß, wenn man so einen fetten Pickel irgendwo hat, dass man den anfasst. Aber macht es bitte nicht. Seid nicht so blöd wie ich, denn ich habe das vor zwei Monaten gemacht. Und Leute, ich habe wirklich immer noch einen Abdruck davon, ob ihr es glaubt oder nicht. Das sieht richtig scheiße aus. Ich hätte den Pickel einfach Pickel sein lassen sollen und einfach nichts machen sollen, weil jetzt habe ich so einen schönen Abdruck da, den ich seit zwei Monaten nicht wegbekomme. Und es sieht gar nicht cool aus. Also hätte ich einfach mal drei Tage nichts gemacht, dann hätte ich diesen Abdruck nicht. Und das ist natürlich dann jetzt auch ein langfristiger Schaden an meiner Haut. Und ja, was sollen wir machen? Ich kann euch nur empfehlen, bitte den Pickel nicht berühren. Aber für die Leute, die so ungeduldig sind wie ich, und es aus irgendeinem Grund doch nicht schaffen, dieser Versuchung zu widerstehen und irgendwie doch den Pickel ausdrücken, tut mir einen Gefallen. Und den Pickel und euch auch. So, benutzt bitte ein Taschentuch. Benutzt ein Taschentuch, nehmt ein Taschentuch und versucht dann, den Pickel mit einem Taschentuch auszudrücken. Wenn ihr das nämlich zum Beispiel mit euren dreckigen Fingern macht, ihr trinkt was während des Tages, ihr fasst Türklinken an, über Bakterien und Schmutz an euren Fingern. Und wenn ihr dann noch den Pickel mit euren Fingern ausdrückt, Leute, das macht das Ganze nur noch viel, viel schlimmer. Also, wenn ihr dann ein Pickel ausdrücken solltet, dann macht es bitte mit einem kleinen Taschentuch. Oder als Alternative für ein Taschentuch, ihr könnt natürlich auch so ein professionelles Pickel-Werkzeug benutzen. Das gibt es auf Amazon, kostet nicht viel. Ich packe den Link einfach mal in die Infobox rein. Auch eigentlich ein sehr, sehr gutes Ding, denn somit berührt man seine Haut auch nicht und die Gefahr, dass sich diese Stelle dann entzündet, ist dann auch minimal. Niemals Zahnpasta benutzen. Leute, schmiert euch keine Zahnpasta ins Gesicht. Ich weiß nicht, woher dieser Mythos kommt, dass man sich Zahnpasta ins Gesicht schmiert und dann über Nacht der Pickel weg ist. Macht es bitte nicht. Das bringt gar nichts. Lasst die Zahnpasta da sein, wo sie ist oder wo sie hin soll. Im Mund, auf die Zahnbüste, sonst nirgendwo. Leute, wenn ihr euch irgendwas auf die Haut respektive auf euren Pickel schmiert, dann sollte es auch irgendwas sein, was wirklich Sinn macht. Ich habe zum Beispiel zu Hause so einen SOS-Pickelstift im Schrank liegen. Wenn ich jetzt mal irgendwo einen Pickel habe, dann bevor ich ins Bett gehe, dann nehme ich diesen SOS-Pickelstift, mache den auf, tupfe das so ein bisschen ab, da wo der Pickel ist, schlafe eine Nacht und am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also Leute, nehmt wenigstens etwas, was auch wirklich Sinn macht. So und zu guter Letzt den Hautarzt fragen. Leute, wenn ihr wirklich, tatsächlich Probleme mit Pickeln oder mit Akne habt, dann solltet ihr einen Hautarzt aufsuchen. Ich persönlich zum Beispiel hatte damals auch sehr, sehr große Probleme mit Pickeln und Akne und habe dann auch einen Hautarzt aufgesucht, weil ich wusste einfach nicht mehr weiter, nichts hat geholfen und dann bin ich zum Hautarzt gelaufen und der hat mir dann zwei Sachen empfohlen. Zum einen hat er mir Tabletten empfohlen, die ich nicht genommen habe, weil die Nebenwirkungen anscheinend sehr, sehr krass sein sollten. Und zum anderen habe ich so ein Reinigungsspiritus für die Haut bekommt. Dieser Reinigungsspiritus ist ein speziell angefertigter Spiritus für die Haut und der trocknet den Pickel aus und verkleinert die Poren und das ist kein Spiritus, ganz normaler Spiritus, auf gar keinen Fall, Leute. Das ist sehr, sehr spezieller Spiritus von einem Hautarzt, der wirklich speziell nur für Pickel angefertigt wird und den habe ich bis heute noch, den nutze ich auch und wenn jetzt der Pickel echt groß sein sollte, dann nehme ich den Spiritus anstand, den SOS Pickelstift, mache das auf die Haut drauf und dann sieht es am nächsten Tag auch viel, viel besser aus. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben, ich würde mich sehr, sehr freuen und wenn du da draußen noch irgendeinen Spezialtipp hast oder so einen Omi-Tipp, der auf jeden Fall hilft gegen Pickel über Nacht, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich glaube, den Tipp kann jeder gebrauchen, jeder der Community freut sich, wenn er irgendwie einen Tipp hat, wie man einen Pickel über Nacht wegbekommen kann. Also Leute, bis dahin, macht's gut, ciao, kakao.